Hey, grüßt euch, Telankami und Sosmula-Davg, euer Hei, und die Bibel, oder wird die gerade verbrannt? Ich hab früher mit der Bibel, wenn ich kein Städtchen hatte, hab ich da Zigaretten gedreht. Das sind geile Bilder irgendwie, also ich find die Sehnen so richtig so heftig aus. Das war kasselig. Sorry. Okay. Halt. 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 Musik Boah, geil. Boah, Hammer. Das ist Geschmackssache, klar so, aber das finde ich halt, weil es Metal drin ist und Power einfach und so, das finde ich geil. Okay. Ja, hat mir gut gefallen wieder, Shane war echt irgendwie am besten von ihm, hat mir am besten gefallen, Shane, aber das fand ich auch gut, so auch in der gleichen, also schöne, schönes Video. Interessant, total interessant. So, auch Power, Lankami und Sos Müller, das ist der andere, ich glaube mit dem Zöpfen hat er diesmal gehabt, so. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Werd ich auf jeden Fall weiterverfolgen, auch eine Playlist machen, jetzt von ihm so. mache ich so ab 4, wenn ich von einem Künstler 4 habe, so ich habe jetzt von Mako die Liste von ihm werde ich jetzt sammeln das gefällt mir ganz gut, ich verstehe jetzt nicht die Texte würde ich auch gar nicht, das ist mir egal, mir geht es mehr bei ihm Videos und auch um die also, gut, also das war jetzt live aber ich schneide das ja extra und als hoch deswegen abonniert meinen Kanal und danke fürs zuschauen und bis zum nächsten